moin moin und herzlich willkommen zurück gothic 3 ja wir wollen da jetzt eigentlich rein nach bengard werden hier draußen alles von orcs befreit würde ich mal sagen brauchen also zumindest hier draußen war ich werde noch eigentlich eine station auf zur bank hinzugehen also fahrig wäre noch als station da daher würde ich jetzt mal hier den hier benutzen wollte teleport nach bengard wir haben ja vorher gespeichert gehabt gibt es aber sonst noch was noch ein teleport stein die musik hängt von jetzt richtig super an nehmen wir mal alles mit also hier herrscht auf jeden fall ausnahmestand so du bist der erste so alles wieder mitnehmen und wieder was snacken ich habe keine ahnung von wo die alle herkommen so weg mit dir da kommt schon der nächste wieder mal ich habe keine ahnung von wo die alle herkommen kann es sein dass das der letzte ist hier die gehen hier alle gleich drauf nein nicht auf georg nicht auf georg okay ok der eine ist hinüber so das sind mir zu viele gerade verdammt hat jetzt habe ich ein kleines problem ja auch noch ein zauberer natürlich ein zauberer muss auch noch mit dabei sein was denn auch sonst so hier ein halb frank eben ganz schnell so alles mitnehmen so mal gucken was ist das denn für ein schwert zwei händer ich glaube ich glaube der mensch ist gleich hinüber ich glaube denen kann ich nicht mehr helfen so so hier nehmen wir auch noch mal mit den speer einmal alles looten ok irgendjemand hat es jetzt wieder auf mich abgesehen nur wer da hinten so fällt herr batak nein alles wieder von vorne da reingehen verdammt wieder von vorne da rein das ist super ja gut ich hoffe dieses mal kriegen wir es hin dass der eine da überlebt so nochmal den hier ausrüsten und rein so so das speichere ich hier so mal gucken die ist angesehen hier haste ich aber gleich bin ich hinüber gleich bin ich hinüber so So, der ist hinüber. Ja, ich versuche zu helfen, wie es geht. Alter, das ist ein heftiger Kampf. Nein, auf wen zielst du? Nicht auf Georg. Sorry, dass ich jetzt hier rumbrille, aber... Jo, der fällt her, der macht mir jetzt Probleme. Trink! So, nochmal trinken. Einmal kurz die Flucht ergreifen. Renn! Hier kann ich mich heilen. Und vielleicht nochmal was snacken. Ich hoffe, die überleben den Magier da, den Schamanen. Ja, überstanden. Heilung, 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 ganz schnell. So, zweimal Heilung. Und speichern. Dann helfe ich jetzt mal, den Magier da loszuwerden. Weg mit der Waffe! Ach, Georg, du hast über... Äh... Paladinschild. Paladinschwert. Klingenstab. Äh, Markus, der hat's... Der hat's nicht geschafft, verdammt. Ich werde ihn vermissen. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant er war. So, aber... Wir können hier jetzt einmal alles looten. Alles mitnehmen. So. Ich frage mich jetzt, was mit Georg jetzt... Äh... Warum wurde er auch die ganze Zeit anvisiert? Warum immer das Spiel hier den Falschen anvisieren muss. So, alles mitnehmen. Äh... 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 Bratak. Äh... Bratak. Ah, Bratak. Ist ja okay. Nicht Bratak. Bratak. So. Kruschbach. So, jetzt stellt sich mir aber die Frage, äh... Äh... Ah, da hinten sind wieder die nächsten. So, Tour. Oh, Waffenbündel. Die nehmen wir auch mal gleich mit. Gibt's hier noch mehr? Ja, hier. So, mitnehmen. Ich finde es aber auch krass, wie lange die hier es auch schon überlebt haben. Bis jetzt. Hier. Markus hat es jetzt halt nicht mehr überlebt, überstanden, aber... Der hat schon lange überstanden. Vor allem aber sind hier auch so viele Orks. Wie will ich hier jetzt rüberkommen? So, Speer. Ah, Georg. Da ist er wieder. Sag dir jetzt was, wenn ich hier was rausnehme? Du wärst, dass Markus es nicht überstanden hat. Aber naja. Verluste muss man, äh... hinnehmen. So, jetzt speichere ich noch einmal. Kann ich mit ihm reden? Mit Georg? Du bist von draußen gekommen, oder? Ja. Hoffentlich hast du ein wenig mehr Mumm in die Knochen, als die anderen Feiglinge hier. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Die Frage ist, wie wir uns gegenseitig helfen können, Bruder. Ich muss in die Burg. Und ich schätze, du könntest auch einen Waffengefährten brauchen, bei dem, was du vorhast. Lass mich an deiner Seite kämpfen. Äh, was willst du in der Burg? Was willst du in der Burg? Ich muss mich bei Koprin, dem Oberbefehlshaber der Königlichen Garde, melden. Er muss wissen, dass hier immer noch einige um ihr Überleben kämpfen. Kann ich machen. Ich nehm dich lieber nicht mit, ich brauch hier lebend hier. Ist jetzt nur doof um Markus, wirklich. Für den hatte ich jetzt einen Feuerkelch. So, gibt's hier noch andere Überlebende? Irgendwo zu finden. Oder noch irgendwie versteckte Schätze oder so was? Ah, wir sind auf der Hinterseite der Stadt. Rückseite der Stadt. Hätte man Markus auch irgendwie retten können? Ich geh mal kurz hier nach oben. Irgendwo müssen wir auf jeden Fall noch so einen zweiten, äh, Teleportstein finden, nach Vanguard. Den brauchen wir auf jeden Fall. Belie. Und es wäre gut, wenn wir bis dahin alle Orks hier ausgeschaltet haben. So, noch mehr Waffenbündel. Ich hab keine Ahnung, wofür wir jetzt noch die ganzen Waffenbündel brauchen. Ich brauche einen Dietrich. Und ich hab keine Dietrichen mehr. Na, super. Das ist jetzt hüfte. So. Dann speichere ich Ihnen noch einmal. Hier will ich lieber ganz sicher sein. Weil hier Unmengen an Orks sind. Irgendwo versteckt. Ah, hier bin ich. Gibt's hier was Verspecktes? Da hinten sind die ganzen Waks gewesen. Ich speichere noch einmal. Ich will jetzt gucken, ob wir von der Seite zumindest raus können. Nein, können wir nicht. Schade. Wäre cool gewesen. Wenn es zumindest genauso wie in der Barriere in Korin ist. Da. Die. Es genauso wäre, dass man zumindest nur von einer Seite rein und raus könnte. Ich werde dich töten. So. Nein. Beide erledigt. So. Wo ist seine Waffe? Da ist schon wieder ein Ork. Nein. Ich will nicht ans Feuer. Manchmal ist da so ein Depp. Aber egal. Nochmal zwei Fleisch bekommen. Kann ich den Mühlenstein benutzen. Ja. Lass mich stark genug dafür sein. Ich kann dich entstücken. So. Komm mal bis hierhin. Okay. Dann nur ein von euch. Da sind wieder Waffenbüttel. Ja. Okay. Ich weiß. of course. ja jetzt den haben wir so die waffenmündel nehmen wir mit und noch mal kurz speichern holen wir den hier noch dran also ich mache euch alle platz hier machte da keine gedanken und noch mal was snacken hat man die truhe schon nee die hat man noch nicht da sehe ich noch eine truhe ok der sucht sich seinen weg zu mir da kommt man die nächsten beiden ok warte 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 machen wir anders so der eine geht schon mal so gehen haben wir vielleicht noch mal was schnabulieren wieder ja jetzt kommt er anstatt der andere natürlich ich stehe doch die ganze zeit wasser so und der hier kommt jetzt noch mal so gehört wieder so noch mal was snacken und wieder speichern da scheint wieder frei zu sein ok dann die tour können wir nehmen noch mehr waffenbündel jeder wird es kommt bei ihm so eine quest das könig rober oder irgendeiner seiner gefolgsleute von paladin oder so und sagt so wir brauchen 30 waffenbündel oder sowas und hier ist das eine tor so hier haben wir das friedhof noch eine truhe so hier ist noch ein friedhof und da ist noch so ein mühlenstein oder ich werde dich zertreten wer hat mich von wo gesehen ok wer fällt her ok so komm machen wir alle feldherren fertig hier so apropos wie viele feldherren müssen wir hier erledigen beseitige die fünf anführte der ort belagerung innerhalb und bringe marcus feuerkel zum obersten feuer magier ja dem das wird wohl nichts mehr mit ihm und seinem dingens sein feuerkel zurück geben ja kommst du ja jetzt kommst du so dass du das wie so das war so das war ja die 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 ich speichere vielleicht einmal sollte ich jetzt drauf gehen ja okay problem ist gelöst ich stehe doch ja die mit ihren ja komm einschlag so endlich den muss ich auch noch looten und noch eine truhe die ich noch nicht benutzt hatte okay so dann erst mal wieder was essen und an den schamanen hier und speichern natürlich kommen jetzt zwei wäre ja auch langweilig ja so beide erledigt immerhin snacken so was ist mit dir wenn du das meinst so die zauberer von denen die hat sich am meisten eigentlich so irgendwo da habe ich aber mühlenstein gesehen bei denen irgendwo ich würde gerne an den mühlenstein rankommen so den haben auch wo seine waffe wo seine waffe da ist eine waffe und speichern so jetzt kommt er so ich gehe mal hier rein das ist ja auch noch was hier gibt es nichts zum looten ich weiß jetzt nicht bin ich für die außer sichtweite hier gibt es nichts da ist der mühlenstein hier gibt es nichts da ist natürlich muss er jetzt damit kommen kommen noch ein nö ok dann hier ah das war dort wurde war der feld her waffen wie sieht es damit aus ja ok mehr mühlen steine sehe ich jetzt hier so das heißt jetzt aber speichern ich muss noch rausfinden wo ich hier eigentlich hin muss natürlich kommt jetzt der nächste alles mitnehmen und snacken da oben waren noch welche aber ich muss hier auch noch mal gucken da sind auch noch welche ich werde nicht nein ok nicht während eines campes natürlich nein nicht der nicht der zauberer hab ich dich endlich ja und den schamanke mache ich mich gleich dann mitnehmen mitnehmen das heißt hier können wir speichern und gucken dass wir den schamanen vielleicht rauslocken können da habe ich so den haben wir da 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 ja hier steht was über alchemie naja ist alchemie nein das wollte ich nicht das wollte ich so und dann noch ein heil dran und noch was zum snacken und speichern kann es sein dass sie da hoch muss wie zuerst da hinten frei machen beziehungsweise hier können wir auch noch mal ganz kurz gucken weil ich hier ist auch noch nicht nur und wie sieht es mit hier oben aus ich werde dich zertreten wie einen blau das ja nein der wird gleich eh die suche aufgeben so nicht das bringt nichts das bringt nichts so nicht kommt kommt er jetzt her oder kommt er nicht her ich würde es gerne wissen dann können wir uns den hier jetzt gönnen und mal gucken wer da noch im wege steht hier steht keiner mehr im weg ok einmal nochmal speichern wenn du das meinst dann äh versuch dein glück er war ja nicht der erste wer so was schon mal versucht hatte ach ne Ich guck mal, ob ich mich irgendwo hinter verstecken kann. Hier. So, besser. So, und so. So, der hat keine Chance gehabt. Nein, nicht das Lagerfeuer. Warum? Warum muss er diese Animation auch zu Ende machen? So, ich will den Ork. So. Jetzt sind wir hier auf der Seite. Wo die Belagung quasi stattfindet. Nee, noch nicht ganz. Moment, wo genau? Ich kann das hier nicht genauer nachsehen, nachschauen. Ich speichere trotzdem mal. Denn wir müssen jetzt da rein. Über die Brücke. Und haben auch schon bald eigentlich hier, äh, alles befreit. Oh, noch eine Kur. Und die haben uns da oben noch nicht im Visier. Ich habe ihn nicht gehört. So. Ich höre ihn einfach nicht. Und, kommst du? Der kommt, okay. Sein Kumpel aber nicht. Ich glaube, da drin ist der nächste Feld her. Und dann müssen wir uns noch einen Weg in die Burg da, hinarbeiten. So, komm. Und noch einen. Und nochmal speichern. Ich habe bis jetzt noch keinen richtigen Plan, wo ich hin muss. Aber ich schalte hier zumindest so viele Orks aus, wie ich kann. Dann ist da noch einer vor dem Lagerfeuer und noch ein paar, die da drin sind. Ja, komm, noch ein paar Meter. Wie viele Feldherren haben wir jetzt hier drinnen schon ausgeschaltet? Ich glaube, drei. Oder? Ich glaube, wir haben schon mittlerweile drei von den fünf Feldherren. Ich wünsche, ich hätte mitgezählt. So, da geht's noch weiter. So, der soll bitte kommen. Hier können wir kämpfen. Komm. Das Kampfsystem ist manchmal aber auch echt doof. So, nochmal speichern. Weil ich jetzt nicht weiß, wer als nächstes da rauskommt. So, ich glaube, hier habe ich jetzt erstmal ein Problem. So, den Feldherrn kümmern wir uns gleich alleine drum. So, komm. So, und nochmal so war das. So war das. Nichts zu holen. So, nochmal speichern. Und dann auf gegen den Feldherrn. Ach, da geht's auch noch runter. So, haben wir den auch noch erledigt. Perfekt, speichern. So, ich glaube, da muss ich jetzt noch einer üblich sein, glaube ich, oder? So, ich glaube, hier oben ist keiner. Waffen bündelt sich ja auch nicht. Und ich habe hier jede Menge Truhen, die ich nicht öffnen kann. Okay, dann geht's da hin weiter. Ich hoffe, es kommen keine weiteren Schamanen. So. Den haben wir. Da sehe ich wieder Waffenbündel drin. Wer kommt jetzt von wo? Wer hat mich gesehen? Ach, da drinnen. Okay, jetzt kommen drei, vier. Insgesamt. So, der Eide kann gern kommen. Ach so, ist nur ein Speer. Okay. Ding eher schnell. Finde ich einen Weg hier raus, oder? Oder doch nicht. Oder stecken die fest. Okay, die Wegfindung hat verkackt. Okay, das könnte ein bisschen tricky werden. So, komm. Okay. So, komm. So, komm. ich hätte einfach ich würde so gern einfach abbrechen können wo ist die maus doch einmal ein halt dran die krieger bitte ausluten und speichern weil das war gerade sehr sehr knapp so aber dann gibt es jetzt nur noch einen so das war super so erledigt perfekt so kommen wir an die waffe ran ja ich höre menschen also wir sind jetzt kurz vorm ende würde ich mal behaupten noch der waffenbündel so gibt es hier sonst noch was von relevanz ok speichern stellt sich nur die frage ah da sind menschen komme ich hier hoch gade torwache mach hier keinen ärger klar freitagssklave der problemlöser na dann komm mal her du mistkerl lass mich mal sehen wie ein beschissener held aussieht was ist dein problem du spinner was ist dein problem du spinner seit das schiff die esmeralda gesichtet wurde hat hier jeder idiot nur von dir gesprochen du wirst uns befreien heißt es du wirst die orks zurücktreiben heißt es wir haben hier bisher nur hunger geschoben das ist alles was ich weiß ich glaube nicht dass du die ganze mühe wert ist wenn ich dich so ansehe der eine kann der andere nicht ich kann kann ich mit ihr handeln ich bin kein händler ich muss nur dafür sorgen dass hier jeder satt wird wenn du was kaufen willst dann geh in die innere burg ok wie kann ich euch helfen wir sind von der außenwelt abgeschnitten man wir verhungern wir brauchen mindestens 30 laibe brot jedoch werden wir alle bald vor entkräftung umkippen wenn wir kein fleisch zwischen die zähne kriegen wir brauchen an die 30 stücke bratenes fleisch verstehe verstehe das ist alles was du dazu zu sagen hast so hier hast du 30 leib brot hier hast du 30 leib brot ist nicht drin du hast uns brot gebracht danke hier hast du was dass du in der welt da draußen bestimmt gut gebrauchen kannst das soll mir mal trinken hier sind 30 stücke gebratenes fleisch ich kann es nicht fassen du beeindruckst mich du bringst uns fleisch einfach so hier vielleicht kannst du das da draußen gebraucht war jetzt sehr teuer aber egal dass du kommst verdammt nochmal ich hörte schon dass ein vielversprechender mann von draußen gekommen ist wenn ich dich so ansehe muss ich sagen sie haben nicht übertrieben ich hoffe die situation da draußen ist nicht so hoffnungslos wie hier alle behaupten zum teufel bist du hier der oberbefehlshaber bist du hier der oberbefehlshaber ja verflucht und es ist ein höllenjob wie ist die situation hier drin wie ist die situation hier in der burg es ist verdammt nochmal viel schlimmer als es aussieht wir haben einfach zu viele verluste zu beklagen das lässt selbst einen harten mann wie mich zweifeln oder wie kann ich ja wie kann ich helfen letzte nacht hatten wir ein scharmützel mit den verfluchten orcs aus dem ostflügel der stadt die misthunde haben uns auseinandergetrieben einer meiner männer hat es nicht mehr zurück geschafft sein name ist tor dir er versteckt sich irgendwo im ostflügel der stadt wenn du uns helfen willst dann finde ihn und bring ihn sicher wieder zurück ok würdest du mich im kampf unterrichten oder ich muss zum könig ich muss zum könig jawohl das musst du er wird sich freuen den teufelsgerl zu sehen der es von draußen hierher geschafft hat geh hoch in die burg er wird schon auf dich warten ok aber würdest du mich im kampf unterrichten ich weiß nicht ob man einen hundesohn wie dir noch etwas beibringen kann aber ich werde versuchen ok würdest du mich im kampf unterrichten was kann er beibringen ja ich würde ich ein starker kämpfer mit großen waffen werden er ist nicht das mit bei was mir er hoffe ich will aber hier erstmal die leute kennenlernen noch eine gerade das ist der weg hier rein ich bin ich bin den weg übersprungen ich habe den weg übersprungen so bedenke ich zumindest so noch ein befreiter sklave ich würde aber sagen wir machen alles mal noch hier unten alles fertig und die ganzen orx platz speicher normal wir waren jetzt da oben war jetzt einmal drin und sehen zu dass wir die orx hier einmal ne komm her den haben wir auch erledigt der nächste bitte da ist noch ein mühlenstein ok wir müssen aber noch tordier finden den mühlenstein will ja auch noch haben hier ist wasser und wasserfass werden uns besser damit einmal voll machen wir haben jetzt auch noch sehr viel fleisch einfach so weg gegeben dann müssen wir damit jetzt erst mal das müsste passen wie viel haben wir jetzt eigentlich hier 23 lernpunkte leben ist wieder voll immerhin noch mal kurz speichern so ich hoffe der findet seinen weg zu mir ja so kommst du ja jetzt kommt ja perfekt ich dachte das wäre jetzt ein treffer für ihn ich frage mich aber schon wie viele orx hier noch so gibt es du bist kein gegner Da sehe ich schon den nächsten Feldherrn drinnen. Ich hoffe, da ist jetzt kein Schamane mit bei. Ich denke, da genau so. Jetzt wirst du bluten. So, ich hoffe, der schafft es jetzt noch. Ja, der schafft es. So, den haben wir erledigt. Komm, einmal essen. Vielleicht jetzt nochmal speichern. Ich will den Mühlenstein noch da kriegen. Ja, komm her. Dass der auch gleich dreimal diesen scheiß Pirouettenangriff gemacht hat. Was ist jetzt gerade los? Das war jetzt aber beschissen mit dem Angriff. So, nochmal was schnabulieren. Vielleicht nochmal speichern. Ich weiß jetzt nicht, ob der Feldherr uns auch noch sieht. Gleich angreift. So, komm hoch. Hier oben fühle ich mich am sichersten gerade. So. Ich habe zu viel Scheiß mit. Die man nicht braucht. Ich glaube, da ist der Schamane. Bleib stehen, Mokker. So. So, den haben wir. Wo ist seine Waffe? Da. Kruschwaduk. Da haben wir es. Nochmal speichern. Ja, da ist der Schlamane. Da oben ist auch noch einer. Ich hoffe, der findet seinen Weg hier hoch. So, das müsste genügen. So. Perfekt. So. Dann ist jetzt nur noch der Schamane da. Und er fällt dir hier hoch. Ah, hier. Okay. Den habe ich vergessen. Äh, nein. Okay, gut, dass der Feldherr da feststeckt. Okay, jetzt klappt er es raus. Jetzt habe ich ein Problem. Okay. Jetzt muss er nur noch der Feldherr übrig sein. Dort unten. Was haben wir da? Bolzen. Äh, nochmal speichern vielleicht. So. Kommt er raus? Okay, nee. Stimmt auch wieder nicht. Hier müsste noch einer irgendwo sein dann. So, was damit? Das kenne ich schon. Okay. So, noch ein paar Waffenmündel. So. Vielleicht nochmal kurz speichern. Ja, jetzt werde ich mit dir sterben. Ja, jetzt werde ich mit dir sterben. Wie sieht's aus? Findet er seinen Weg hier? Wenn ich jetzt reingehe. Okay, haben wir geschafft. Oh, noch ein Waffenbündel. Gibt's hier noch was? Nope. Okay, das gehört aber definitiv dann mit Speichergleich. Irgendwo fehlt aber dann noch ein Feld her. Noch eine Truhe? Da ist noch eine Truhe. So, gibt's hier noch jemanden? Oder irgendwas? Hier ist noch eine Truhe. Die drehe ich. Perfekt. So, und dann den Mühlenstein benutzen. Nice. Wer hat mich wo entdeckt? Okay, der eine ist da durchgebackt. Nicht schlecht durch die Treppe geprügelt. Ja, das ist nun die Frage, kommt man an dem nochmal ran? Okay, jetzt ist es gerade richtig übel. Okay, jetzt ist es gerade richtig übel. Okay, jetzt ist es gerade richtig übel. Okay, jetzt habe ich ihn zumindest. ist und hier noch was und ein hocker okay speichern jetzt nicht gedacht dass wir eigentlich in bengert jetzt schon so weit kommen das auch zumindest einiges eines hier runtergefallen da mal gucken wie es hier draußen aussieht okay hier sind wir wo wir da oben die orks bekämpft hatten so Nice, den haben wir auch erledigt. So, dann sind da noch zwei. Ne, drei. Auf jeden Fall sind da definitiv mehr, als ich jetzt sehen kann. So, und da kommt schon der Nächste. Perfekt. So, die Waffen nehmen wir auch noch mit und nochmal speichern. Oh, jetzt kommen sie alle. Okay, den haben wir erledigt. Perfekt. So. Ja, komm. Little Tiger oder... Was bist du? Von wo kommt er? Da. Da kommt er schon. Ach, ist schwer. So, wer ist der Nächste? Vielleicht einmal nochmal speichern. Der ist definitiv kein Speer, würde ich sagen. So, wer ist es? Da. Okay, dann Den Krieger haben wir schon mal. So, komm. Perfekt. So. Nochmal was essen. Und nochmal den hier. Und speichern. Bist du der Letzte? Ähm. Da, da. Da, da. Da, da. 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 Jo, jetzt muss ich fliehen. So, hier hin. Aber zum Glück kein Schamane. Da war... Das ist noch ein Feld. Ja, okay. Da. Ja. Da. Da. So. Bitte einmal irgendwann anhalten. hier? Fällt Herdu auch? Hä? Wo laufe ich hin? Drücke hier auf einmal S. Aus Versehen. So. Äh, wie heißt er? Magdorf? Ja, Mann. Ruben Rebellen. 75 haben wir jetzt. Nice. Den Vengard haben wir. Habe ich jetzt den Ruben nicht gelesen. Also zumindest nicht schnell genug. Speichern wir. So. Ah, der hat sich aufgeladen. Okay. Schön zu sehen. Nein, das war das war ein Fehler. Okay, den einen haben wir schon mal. Okay, schnell nochmal hier. Einmal im Kreis. So. Wo ist er hin? Perfekt. Alles mitnehmen. Hier auch nochmal mitnehmen. Sperr looten. Noch ein Mühlenstein. Okay, die Stärke auf 300 kriegen wir schon bald. Dann brauchen wir nur noch jemanden, der uns Regeneration beibringen kann. Ach, wir sind schon hier. Wir sind schon wieder beim König angekommen. Gibt's hier oben noch jemanden? Noch eine Truhe auf jeden Fall. So. Was war das? Ich brauche einen Dietrich. Oder den richtigen Schlüssel. Habe ich wieder nichts. Na super. Hast du nichts zu tun? So, ey. Garde. Befreiter Sklave. Befreiter Sklave. Und... Korbren. Einfach pro... Äh, Korbren? Äh, die fünf Feldherren der Orks sind übrigens tot. Die fünf Feldherren der Orks sind tot. Verdammt! Ich wusste, du würdest dir etwas bewegen. Aber herrje! Du bist der beste Kämpfer, den ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele gesehen. Gutes Gold für den glorreichen Sieg. Zwei Tonnen Gold, wow. Kannst du mich jetzt noch was weibringen? Kannst du mich unterrichten? Hm... Jein. So. Apropos, äh, Dings. Ape? Wo ist Ape hin? Ne, der kann nichts Neues... Also dem kann ich nichts Neues erzählen. So. Gare und Gare. Dann würde ich sagen, wir machen hier in der nächsten Folge weiter. Wir sind ja eh schon 20 Minuten länger. Aber es hatte mir irgendwie so viel Spaß gemacht, hier die ganzen Orks zu bekämpfen. Und Bengard mal so befreien. Und daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao! Ich bin's, euer Max Deus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020